ja ich weiß ich bin gewalt bei 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 der gefahren weil ich wo seit mir am krankenhaus die am supermarkt also von vom krankenhaus da um am supermarkt jetzt ist die fast gar nicht ach komm das wird mit seiner nur blatt weg oder so ja das ist es ist das kreis kreis wichtigste ich weiß ich komme sei da jetzt noch irgendwo und ja auch ein bisschen ich habe so kann oder schließt mich fahre ok aber wunderbar im mann 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 sie wurden aus dem spiel entfernt kürzt stück ob er auf mich schießen bleibt da wo du bist ich die kurskrankung abstecken und da wird sie betroffen werden das ist von der schweiz von sich gar nicht ich hab dir was gesagt von valujan höchstens von warte nimmst du eigentlich auf ja also wui 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 ich mach das mit dem dinger da kannst du wirklich klar wie ich es immer ja klar Junge wenn ich bis hier was haben wie Hallo, ich wollte aussteigen, mit dem Bussen Frontflip geschafft. Ja, geil. Das verlangt man nicht. Ja, gut, bei uns ist dann etwas mehr Action. Das Krankenhaus hat so explodierte Textur, also so nach dem Motto es hat Blumen gemacht. Ich backe. Ja, du backe. Wie immer halt. Ist der Standard. Ja, so dass es krank aussieht, sieht echt frisch explodiert aus. Ja, Soji, also ich glaube Toni hatte doch sein Werk getan. Äh, Soji, Toni meine ich. Eigentlich wäre es ja sogar noch ein Segen, wenn ich jetzt tot irgendwo wäre. Aber nein. Warte ich, wenn du mir sagst, wo du bist, dann. Ja, chill, sind wir am dergleichen von der Station? Ich bin... Ne, ich bin ja gerade am Krankenhaus. Ja, ich bin auch am Krankenhaus. Du bist am Krankenhaus? Ach, schweißig. Wie weit bin ich hier vom Krankenhaus entfernt? Ich hupe. Ach. Ich bin 1300 Meter vom Krankenhaus entfernt. Na, ist ja wunderbar. Dann kommst du zum Krankenhaus. Okay, oder soll ich dir entgegenfahren? Keine Ahnung. Hey, da kommt ein Zombie. Wenn der mich einmal schlagen würde, wäre ich tot. Ja, ich renne einfach mal. Fuck you, Dolphin and Royal. Boah, was geht? Perfekt. Wahrscheinlich von Bombi Santa. Ja. Ihr seid ja richtige Delektive, ja. Ah. Sherlock Holmes. Oh ja. Batman. Spider-Man, Iron Man, Superman. Hulk. Oh ja, Hulk. Ach du Scheiße. Ja. Lauf! Lauf, Schlampe, lauf. Ja, ich hab roten Disco. Oh mein Gott, das ist wieder so totalig Feldaufnahme, aber... Macht Spaß. Macht trotzdem Spaß. Macht trotzdem Spaß. Ich stehe jetzt hier nur noch hier. So, na... So, du warst bei Mini-Arbeit grad nicht am Krankenhaus, ne? Ich bin aber auch im Krankenhaus mit dem Repair Truck. Ja, ich bin noch nicht im Krankenhaus, ne? Du siehst im Krankenhaus, oder? Und im Krankenhaus mit dem Krankenhaus, ne? Da wo wir eben auch waren. Also bei dem, da wo wir eben waren, ja. Oh, ich eff erst mal was. Damm-da-damm-da-damm-da-damm-da Boah, auf Dauer gehen die Zombie-Geräusche auch kein Schnaufen her. Na klar. Ich glaube aber, das wäre ja nach wie ein Zombie-Apokalypse irrelevant. Nichts würde ich jetzt erstes Street-mäßig auf irgend so ein Haus hier hochklettern und dann kriegt mich kein Zombie. Möööö, ich springe jetzt. Dann in der Heuerhauch. Ja, und überleben. Ja. Hä, wieso bin ich jetzt nicht mehr am Krankenhaus? Ich habe, ich habe, ich habe eine MAKU am Krankenhaus gesetzt, lol. Ah, fuck, wo ist denn das Krankenhaus? Bitte, du eröffnest mir jeden Tag neue Rätsel. Ja, ne? Hier gab es ja irgendeine Statue mit Leuten, die ihre Waffen hochhalten. Ach, ja, die gibt es auch auf Dings. Die gibt es auch auf Taviana, die Statue. Die mehr verwirrt noch nicht. Aber wir haben schon viel im Hebst durch. Ich habe alles schon mal irgendwie ausprobiert. Ja. Wenn wir Zeit haben. Und wenn wir Glück sind. Und ich glaube alle auf Aufnahme. Fast alle. So. Okay, da fehlt noch ein bisschen. Ja klar, der BMP steht am Feuer, ne an der Schule. Mach ich den? Soll ich mir den holen? Nein. Nein. Der ist da. Ist auch 500 Meter. Der steht da auf jeden Fall. Und die Phytose. Wenn der eigentlich mal den Haar von mir mit Raketen mitgenommen hat. Wo ist denn jetzt, äh, ähm, das Krankenhaus, ey, fuck. Das wäre so ein Rätsel, was ich zu gern gelöst hätte. Hm, hm, Obnamen. Kein Rücksicht. Also ich bin zwar gerade ziemlich zu angeschossen. Angelegte. Ja. Gut. Das war das, was ich eigentlich sagen wollte, aber... Rücksicht würde ich. Ja. Okay. Okay. Ja, ich bin wirklich extrem zu gefickt, weil... ein total kaputtes Auto... ein Mahl-Auto zu unterscheiden, nicht von einer Go. Fuck, ich sehe Zombies, die mich gleich schlagen. Ich auch. Und zwar viele. Ach so, ne, doch, 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 warte gleich, gleich, gleich. Ich bin nämlich auch gleich. Ich sehe die zum Glück noch. Und ich sehe sie jetzt gleich. Nein, Redux, äh, was? Redux nähre, die... Der ist... Der ist... Der ist noch nicht gekickt worden. Ja. Na, ist er noch da? Ja, halt. Was hast du? Internet-Probleme, wie immer. Ja, die hab ich auch. So, so, ich stehe jetzt an der Feuerwehr, ich stehe jetzt so ziemlich sehr nahe an dem Tank. Ich bin 150 Meter bis zum Beispiel aus. Sind das... Sind das diese beiden Feuerwehren? Da... Ne, wovon rede ich? Ich meinte die Schule. Fuck. Was laver ich, ey? Ich bin beim Krankenhaus. Ich bin beim Krankenhaus. Was hat das gerade vertreten für die Ebene zu nehmen? Die Schule, Feuerwehr? Oh, Gott. Ich sehe, ich sehe, ich sehe nur die ganzen Blockhäuser. Blockhäuser? Ja, die sehe ich auch. Sitzt du noch am Binden? Ja, ja. Sehr gut. So, wo soll ich jetzt sein? Ich glaub ich bin an einer Schule aber du bist nicht so. Du bist an einer ganz anderen Stelle von Flut, ja. Nee, oder? Ich bin jetzt bei dem Krankenhaus, wo wir eben den Panzer gefunden haben. Ja, warte, ich... ...versuch gerade, das zu finden. Bei MUA halt nie. Ich war eben da, wo ich meine... ...den Connection hatte mit... Da liegt Bradbeck! Hey, jetzt bin ich an einem anderen... Jetzt bin ich an einem anderen Krankenhaus? Ja, ich bin an einem anderen Krankenhaus, lol! So, sie hast du gehört? Ja, ja, ich geb dir gleich mal für sie... ...für das andere Krankenhaus-Koordinaten durch. Also, das ist nicht hier. Was soll das sein? Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Wo soll ein anderer Krankenhaus stehen? Ich weiß wo, warte, ich glaub ich weiß wo. Ich glaub ich weiß wo. Ich glaub ich bin jetzt am richtigen Krankenhaus. Ja, Redler, ich bin's. Nicht schießen. Ich bin's. Don't shoot. Don't shoot. Hast du mal Bloodpack? Dann geb ich dir Bloodpack? Ich geb' ich dir Bloodpack. Ich steh' auf einen Skype-Koordin. Ich weiß es nicht. Scheiße! Was? Ich bin's. Warte. Nicht schießen, ich bin's. Weißt du, ich tue mir jetzt Bloodpack und du gibst zu mir Bloodpack. Das ist ja auch nicht in der Skype-Koordin. Das ist ja auch nicht in der Skype-Koordin. Nein. Dreck. Ich frag mich, warum zieht der auch nicht? Leid, glaub ich, irgendwie Angst. Ist er weg? Wo schnell hin? Teleport-Hack. Jetzt bin ich wieder an dem Supermarkt hier. Jetzt bin ich wieder an dem Supermarkt hier. Fuck. Riddler, wo bist du? Ist mein Riddler allein noch da? In Skype glaub ich nicht. In-Game ist er auch weg. Oh fuck. Lol. Ähm, ich wundere, ich hol jetzt den... ...Metrius zu machen. Ja, Nicht wundern. Die Story, ich hab grade... bombersimit zum Tab gedrückt. Machen mal Kotzen, Aufnahme kad. Ich spinne er. Hau dran. Oh ja, lord papel. Wir fahren jetzt auf 타ieri. Da sind welche nach Kohlzeug aus. Ah, relax per F Museum. Okay, wissen wir besonders. scheit das meinte auch nicht nur ich gerade in das er viel kommen ist nirgendswo ein Tor allein geht's rum und der Schiener steht auch noch eigentlich könnten wir uns ein wenig klar machen kauf mal weil ich komme jetzt mit dem Repair Wagen nicht fahrrad mit einem haben wir zum Erfurt und ich bin hier mit meiner F9 ist Bambi's Hand da ein Hacker eine Frau wollte ich gerade sagen ne alter das ist was was äh sorry Mattress ist bist du ja sorry ich war gerade verfallen so wo ist ne Frau ach gut das ist gewitter ich dachte ich hab ein Heli gehört ja das denk ich schon die ganze Zeit alter ok das ist doch ein Heli aber auch er ist ein paar ein paar an mann an Prozent scheiß auf scheiß auf versteckt nicht irgendwo den Holm runter mit unserem bitte treffen uns kurz vor mehr ich habe ja Zauber und ich jedoch ich bin gehanden bald auf der Wüste naja auf der Füße Nütschüter ja ich bin ein bisschen immer viel ich bin außerhalb am Zauber aber ich hatte den Zauber und ich mach dir gleich ich mach ja auch wenn ich sehe ich hol ihn runter mit meinem Gehalter ich bin jetzt fast da ja ich habe noch 3.000 Meter vor mir ich 3.000 also ich ich glaube der in dem Heli ist doch für den Faktor wenn er jetzt landet wenn der Kinoke ist heute gebraucht wir können ja gerade schlechter so weil wir haben bei uns oder so dabei so scheiße ich kann dir ich kann dir nur sagen um wenn du an den an geht wo gestern unsere Fahrzeuge hatten am linken in der Ecke weil Städten haben die damit kannst du ja zum nächsten Industriegebiet fahren in Jürgen besorgen und den Kino klar macht an der Gana kann man jetzt nicht rein ist der von Linge also der Airfield der Airfield ist durch den Abstand der letzte Platz an den ich freiwillig hingehen würde da Gana pass auf du Gana ist das der der richtige jetzt hey die 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 so ihr müsst in der Fall und die Spanien da ich bin Tausend er hat weiter er vor ich habe es noch 2400 Meter vor mir ich 2.200 Hey, den treffen wir uns ja irgendwo. Ja, ich seh dich. Ich seh dich, Sushi. Du bist rechts von mir. Oder?